Wenn ich es falsch verstanden habe, könnten Sie mich korrigieren? Klar, machen Sie weiter. Zufriedenheit Zufriedenheit Wie wirst du Ball spielen? Ich werde mein Bestes geben. Ich bin sehr müde. Ich werde versuchen, gut zu spielen. Ich bin sehr müde. Ich werde versuchen, gut zu spielen. Warst du schon mal in Amerika? Warst du schon mal in Amerika? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie hier. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Ich bin vor drei Jahren gekommen. Um wie viel Uhr kommst du von der Schule? Um wie viel Uhr kommst du von der Schule? Ich werde gegen siebzehn Uhr zu Hause sein. Ich werde gegen siebzehn Uhr zu Hause sein. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Ich werde heute nicht nach Hause kommen. Ich werde bei meinem Freund bleiben. Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Wie viel Gehalt verdienen Sie ungefähr? Ich verdiene ein Tausend Dollar pro Monat. Ich verdiene ein Tausend Dollar pro Monat. Ich verdiene zweihundert Dollar pro Woche. Ich verdiene zweihundert Dollar pro Woche. Ich verdiene zweihundert Dollar pro Woche. Werden Sie es schaffen, zum Treffen zu kommen? Werden Sie es schaffen, zum Treffen zu kommen? Ja, ich werde pünktlich kommen. Ja, ich werde pünktlich kommen. Ich komme zwanzig Minuten zu spät. Ich komme zwanzig Minuten zu spät. Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Ja, wir machen so weiter, wie Sie es gesagt haben. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Werden Sie pünktlich im Büro sein? Werden Sie pünktlich im Büro sein? Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Ja, ich werde pünktlich im Büro sein. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Vielleicht bin ich etwas spät dran. Ich komme zehn Minuten zu spät. Ich komme zehn Minuten zu spät. Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Ja, Franz hat alles vorbereitet. Ja, Franz hat alles vorbereitet. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Was denken Sie über dieses Thema? Was denken Sie über dieses Thema? Ich denke, in etwa fünf Jahren. Ich denke, in etwa fünf Jahren. Ich denke an dich. Ich denke an dich. Ich habe nichts im Kopf. Ich habe nichts im Kopf. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Mit wem wirst du in den Urlaub fahren? Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meinem Kollegen in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Ich werde mit meiner Freundin in den Urlaub fahren. Um wieviel Uhr kam der Lehrer an? Um wieviel Uhr kam der Lehrer an? Er kam um fünfzehn Uhr an. Er kam um fünfzehn Uhr an. Ich kam um acht Uhr abends an. Ich kam um acht Uhr abends an. Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Nein, das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Wann stehst du morgens auf? Wann stehst du morgens auf? Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich stehe jeden Morgen um sieben Uhr auf. Ich wache am Nachmittag auf. Ich wache am Nachmittag auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Ich stehe morgens nicht sehr früh auf. Welchen Monat haben wir? Welchen Monat haben wir? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Tasche. Das ist ein Tasche. Das ist ein Tisch. Das ist ein Tisch. Das ist ein altes Auto. Wie ist die Cafeteria-Dekoration? Wie ist die Cafeteria-Dekoration? Eine stilvolle und moderne Dekoration. Eine stilvolle und moderne Dekoration. Die Dekoration ist schlicht und einfach. Die Dekoration ist schlicht und einfach. Gibt es zu diesem Thema viele Vorurteile? Gibt es zu diesem Thema viele Vorurteile? Ja, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Ja, das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Aber da ist. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Ich glaube nicht, dass es viele gibt, aber wenn man intensiv sucht, kann man sie finden. Wann fängst du mit der Schule an? Wann fängst du mit der Schule an? Drei Wochen später Drei Wochen später Es begann vor drei Tagen Es begann vor drei Tagen Kann ich zwei davon kaufen? Kann ich zwei davon kaufen? Ja, du kannst Ja, du kannst Nein, ein letzter ist noch übrig Nein, ein letzter ist noch übrig Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich liebe die Farbe Blau, sie ist so ruhig und friedlich Ich liebe die Farbe Blau, sie ist so ruhig und friedlich Rot ist eine energiegeladene Farbe, ich bevorzuge sie Rot ist eine energiegeladene Farbe, ich bevorzuge sie Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Dieses Projekt wurde abgebrochen Dieses Projekt wurde abgebrochen Werden besondere Veranstaltungen organisiert? Werden besondere Veranstaltungen organisiert? Gelegentlich wird eine Veranstaltung organisiert Gelegentlich wird eine Veranstaltung organisiert Nein, es gibt keine besonderen Veranstaltungen Nein, es gibt keine besonderen Veranstaltungen Ist eine Reservierung möglich? Ist eine Reservierung möglich? Ja, sie können eine Reservierung vornehmen Ja, sie können eine Reservierung vornehmen Reservierungen werden nicht entgegengenommen Reservierungen werden nicht entgegengenommen Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen Können Sie sie noch einmal senden? Ich konnte die Anhänge der E-Mail nicht herunterladen Können Sie sie noch einmal senden? Natürlich versende ich es sofort Natürlich versende ich es sofort Ich habe meine gelöscht Aber lassen Sie mich noch einmal schauen Ich habe meine gelöscht Aber lassen Sie mich noch einmal schauen Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Ich habe meine Englisch-Notizen gemacht Ich habe meine Englisch-Notizen gemacht Das Notizbuch meines Sohnes Das Notizbuch meines Sohnes Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Hast du mein Handy vom Vordersitz des Autos ausgesehen? Ja, ich habe die Telefone gesehen Ja, ich habe die Telefone gesehen Nur Tommy hatte seine Tasche Nur Tommy hatte seine Tasche Welche Kunstzweige mögen Sie? Welche Kunstzweige mögen Sie? Ich arbeite an Skulpturenkunst Ich arbeite an Skulpturenkunst Ich bin ein Musiker Ich bin ein Musiker Ist dir kalt? Ist dir kalt? Nein, ich glaube, es ist zu heiß Nein, ich glaube, es ist zu heiß Mir ist ein bisschen kalt Mir ist ein bisschen kalt Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Kennen Sie die Personen, die an diesem Treffen teilnehmen werden? Nein, ich kenne niemanden Nein, ich kenne niemanden Ja, ich kenne sie alle Ja, ich kenne sie alle Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Ja, ich kann eins haben Ja, ich kann eins haben Nein, ich nehme Medikamente Nein, ich nehme Medikamente Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Warum nimmst du nicht an dem Treffen teil? Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung Ich habe zur gleichen Zeit eine Besprechung Ich muss dringend gehen Ich muss dringend gehen Können wir heute zusammenarbeiten? Können wir heute zusammenarbeiten? Ich bin heute nicht sehr fit Ich bin heute nicht sehr fit Klar, wann immer Sie wollen Klar, wann immer Sie wollen Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Leider ist dieser bereits verkauft Leider ist dieser bereits verkauft Klar, du kannst es haben Klar, du kannst es haben Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Ich würde gerne nach Besiktas gehen Ich würde gerne nach Besiktas gehen Ich würde gerne zum Endspiel gehen Ich würde gerne zum Endspiel gehen Ich möchte zum Pokalspiel gehen Ich möchte zum Pokalspiel gehen Warum lernen wir Englisch? Warum lernen wir Englisch? Ich versuche für die Schule zu lernen Ich versuche für die Schule zu lernen Ich lerne für meinen Job Ich lerne für meinen Job Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Ist die Cafeteria sauber? Ist die Cafeteria sauber? Ja, die Cafeteria ist immer sauber und ordentlich Ja, die Cafeteria ist immer sauber und ordentlich Leider gibt es ein Problem mit der Reinigung Leider gibt es ein Problem mit der Reinigung Wo frühstücken Sie? Wo frühstücken Sie? Ich mache es zu Hause Ich mache es zu Hause Normalerweise frühstücke ich nicht Normalerweise frühstücke ich nicht Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Ja, wann sollen wir gehen? Ja, wann sollen wir gehen? Tut mir leid Ich habe heute keine Zeit Tut mir leid Ich habe heute keine Zeit Wenn du willst Lass uns morgen trinken Wenn du willst Lass uns morgen trinken Wie viel Geld verdienst du im Monat? Wie viel Geld verdienst du im Monat? Ich verdiene monatlich 1000 Lira Ich verdiene monatlich 1000 Lira Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Ich verdiene 1000 Dollar pro Monat Hast du für die Prüfung gelernt? Hast du für die Prüfung gelernt? Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme Eigentlich habe ich studiert, aber andererseits gibt es viele Probleme Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch Ich habe es versucht, aber die Themen sind sehr problematisch Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Glaubst du, dieses Kleid steht mir? Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Ich bin mir sicher, dass es ihnen sehr gut stehen wird Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Es lässt sie ein wenig übergewichtig aussehen Wo ist die nächste Bushaltestelle? Wo ist die nächste Bushaltestelle? Eine Bushaltestelle befindet sich zwei Straßen entfernt Eine Bushaltestelle befindet sich zwei Straßen entfernt Eine Bushaltestelle befindet sich direkt in der nächsten Straße Eine Bushaltestelle befindet sich direkt in der nächsten Straße Wie lautet der alte Name dieser Schule? Sein Name hat sich nie geändert Sein Name hat sich nie geändert Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr Ich liebe Apfel sehr Ich liebe Erdbeeren sehr Gehen wir heute Abend essen? Gehen wir heute Abend essen? Ich bin heute Abend nicht verfügbar Ich bin heute Abend nicht verfügbar Natürlich! Wohin werden wir gehen? Natürlich! Wohin werden wir gehen? Vielen Dank.